Willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Biohof Sauter. Ich bin hier heute am Mistkompostieren. Gestern der kompostierte Mist habe ich noch ausgebracht. Die Riese, wo es noch ein paar Silo-Ballen gemacht hat. Und jetzt bin ich am Mistkompostieren. Hier ist der Mistsetter, unser Harry West-Seitenstreuer. Das ist ein Englischer. Das schicke ich mit dem Mist, der da drin war. Dann spritze ich es so rüber. Und mache eine Miete. Der Vorteil ist, dass der Mist schon mal durchmischen. Wenn Stroh einen Anteil hat und es dann viel besser abbauen. Das ist wirklich eine schöne Mistkompost, schöne Miete. Und dann lagere ich ihn da. Nächster Monat wird irgendwann mal ausgebracht. Vielleicht beim Witt drinnen oder im Frühling. Soviel zum Mistkompost. Bless you! ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020